Zurück zum Metro. Wow! Upsack, fuck, fuck. Schock. Und weg. Schock. Wow. Und... So, Kräuter, Hans. Wow! Spuckt Hans! Au. So. Au, au, au. So. Au. Au. So. Au. 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 Da auch zu ziehen. Okay, die passt. Das passiert nicht oft. Anscheinend haben wir Glück gehabt. Wir sind wieder Glück gehabt. Venedig. Aber etwas weiß ich mitbestimmt hat. Avel hat Venedig erreicht und wenn ich nicht zu spät bin, ist er noch hier. Meine Hauptaufgabe ist es, den Schwarzen zu finden. Aber ich muss auch Kortenspläne aufdecken, damit ich den Orden wahrnehmen kann. Na, wir können doch gut gewesen sein. Ja, ich sehe euch. Schon gut. Und wer ist das? Ich. Du meinst doch nicht, dass ich ihn dort hätte zurücklassen sollen, oder? Was? Und wir das Leben leicht machen? Natürlich nicht. Das ist bitte trotzdem gut. Jetzt los. Und ich öffne und schließe immer wieder das Tor. Wo könntest wenigstens mal ein Mädchen mitbringen? Und was soll ich das jetzt mitnehmen? Ich muss jetzt nicht lauten, aber... Du bist doch viel zu alt dafür. Übrigens solltest du besser das Tor runterlassen. Sonst kommt womöglich tatsächlich eine Frau. Nämlich die in Schwarz und mit der Sense. 했다. Und die in Schwarz-K Kill. Höh, ich möchte dich nichtatzen. Ich bin gleich zu, den Schwarz-K Kill. Ich bin da des Schwarz-K Kill. Ich glaube, es soll auch hier zuügen. Ich bin da das, was ich. Ich bin da das, was ich. Und warum ich das jetzt mitnehmen kann. Hallo. Wie war der Frau? Wie war der Frau? Nicht einer hat angebissen. Die Scheuze überfielen uns, als wir die Gabelung erreichen. Ah, hätten wir fast mal Flos zerfetzt. Ich frage mich, was die Frage ist. Ach, das ist leicht. Die Roten sind da durch und wollten sich mit unseren verehrten Nachbarn treffen. Beschehen sie nicht zu interessieren, was sie aufgewühlt hatten. Ach so, deshalb. Sieh mal, Arthomich. Nämmer alles lässt sich nicht verkeimlichen. Venedig ist voller Gangster und dem Abschaum der ganzen Erde. Die gehen zu anderen Stationen und zu klündern und zu morden. Aber hier, die Stadt ist friedlich. Fang du also keinen Scheiß an. Ich will hier keinen Ärger. Hm, wie ein Herr. Okay, Sima, ich will mit dir reden. Sag mal, weißt du, wo unsere Roten Gäste sind? Im Bordell natürlich. Bordell? Oh. Wer ist das da bei dir? Das ist ein Rumpel. Das ist ein Rumpel. Ja, das ist ein Rumpel. Ein Rumpel. Ein Rumpel. hm 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 so Kuppel, bitte! Hilf mir, ja! Ja, Hans Ich wünsch dir, ihr gäbe es mehr Besucher, bitte ich! Danke! Noch mehr, Karl! Ja, da muss ich dann... so Möchtest du weg? Pum,fum! Mi-johoff! Oh, eater-hooff, intro! Hm 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 W teammatelike, ha, das ist eine move,�� So. So. Das ist doch. Ich hab ein bisschen. Hör mal den Hals. Wow! Trotzdem an ihn abdrücken. Jetzt müssen wir Kisli bezahlen und du musst zur Genosse Kurbu teilen. Sag ihm, dass der Virusbeherrte erfolgreich zur Oktiavriskaya geliefert wurde. Ey! Ich, der Junge! Was? Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Im Großen haben wir deren Todesurteil unterstanden. Kannst es kaum erwarten, mich zu berühren, was, Dorogoi? Na, wenn du es so dringend brauchst. Was für eine Art Tanz möchtest du denn, Süßer? Sag schon! Mach es dir bequem, Süßer! Und wie hat dir der Tanz gefallen, Schätzchen? Anscheinend sehr, was? Wie ist das? Was ist das ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, du möchtest also noch mehr? So, so viel habt es jetzt genossen. Noch noch ein Kiffen. Oh yeah. Das ist so gut. 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 Ich ändere mich. ich bin ich bin ich bin im Blust! 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 Wie ihmet das jetzt? Blust! 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 tennis Was ist das? Was? 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 Mein Gott ist so... Was? Was? Was ist das? Was? WTF? Komm her! Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Du, schließt bitte mal auf. Wollen wir mit dir reden? Wollen wir mit dir reden? Was mach ich denn jetzt? Ja, du kannst mit sein. Ich bin zum nächsten Part.